Einen schönen guten Mittag, liebe Freundinnen und Freunde, zur 76. Kulturkantine heute. Sorry, dass es längere Zeit keine gegeben hat, meine Schuld, aber ich bin auf gutes neuen Jobs etwas unter Druck gewesen. Aber ich freue mich umso mehr, dass heute auch ein Termin ist, der schon im Dezember geplant war und dann aus Termin-Hingründen nicht zuständig kam. Heike Eder ist heute mein Gast. Liebe Heike, herzlich willkommen. Schönen guten Mittag, lieber Christoph. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit nimmst, weil ich weiß, dass du als Bundesrätin und Mitarbeiterin in der Arbeiterkammer und zwei kleine Kinder sehr, sehr viel beschäftigt bist. Aber wir haben diesen Timeslot gefunden. Heike, du bist seit November 2019 im Bundesrat. Bist du eigentlich dort in die komplette Pandemie hineingekommen? Also wenn ich gerade nachdenke, das war drei Monate und vier Monate war alles anders wie geplant. Weißt du noch, wie dein Einstieg damals war? Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Es war ja so, dass ich den Anruf mit dem Ruf nach Wien im Prinzip gekriegt habe, wo ich gerade hochschwanger war, mit richtigem Kugelbauch, habe ich den Anruf gekriegt. Relativ überraschend eigentlich, dass meine Vorgängerin nämlich, die hat nicht mehr zur Verfügung stehen, wähler für das Amt. Das war relativ überraschend und habe den Anruf gekriegt, weil ich eine Ersatzbundesrätin war, dass ich denen eben die Möglichkeit jetzt hätte, im Bundesrat nachzurücken. Ja genau, dann war ich ja kurz vor der Entbindung, der erste Sohn, du hast keine Ahnung, was auf die Zukunft, oder? Wie das wird, Mama zu sich mit meiner Behinderung überhaupt? Dann habe ich mir gedacht, wie komme ich überhaupt klar mit Baby und Behinderung? Also viele offene Fragen und dann eben, okay, jetzt sind es ein Punkt Bundesrat. Wir haben es dann, ja, nach einer schlaflosen Nacht und vielen Telefonaten und natürlich auch Gespräche mit der Familie, haben wir als Familie entschieden, dass ich das mache. Und ich habe es bis heute nicht bereut, aber du siehst es ganz genau. Es war wirklich, ich bin angelobt worden am 7. November. Das war dann der Geburtstermin von meinem Sohn. Gott sei Dank hat er sich dann etwas verspätet zum Schattemänik. Wisst ihr, wie wir das denn irgendwie lösen können? Denn in Wien, denn eben dementsprechend nach der Geburt angelobt worden, also der 7. November war dann im Landtag. Die Wahl im Landtag, die Wahl im Landtag war am 7. November, meine Angelogung. Und der in Wien war dann, glaube ich, später oder so. Genau, also die Wahl im Landtag war am 7. November und meine Angelogung dann in Wien war Ende Dezember. Das heißt, ich habe ungefähr drei Sitzungen gehabt und dann war März 2020 und Corona, Lockdown und so weiter, alles Mögliche. Das heißt, ich kenne de facto den politischen Normalzustand gar nicht da, oder? Den habe ich kaum kennengelernt, muss man sagen. Noch eine ganz, ganz kurze Zeitspanne. Und seither leben wir eigentlich in permanenten Ausnahmezuständen oder Krisen zumindest, oder? Mit Corona, mit dem Bundeskanzlerwechsel mitgemacht, mittlerweile drei, oder mit verschiedensten Regierungsmitgliedern, neuen, mit dem Attentat in Wien, Angriffskrieg, Russland, Ukraine, der Teuerungssituation. Also irgendwie war man ständig irgendwie im Krisenmodus seither. Und ich hätte richtig Lust, wäre richtig motiviert, um mal den politischen Normalzustand auch zu kennenlernen, weil den habe ich eben in meiner Arbeit bis jetzt nicht lernen können. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass es eine unglaubliche, spannende Zeit da war für mich, zum Lernen und zum Innenkommen. Ich meine, wir haben so viele Bundesratssitzungen gehabt wie der 100-jährigen Bundesratsgeschichte noch nie. Wir haben so viele Ausschusssitzungen gehabt wie noch nie. So viele Gesetzesbeschlüsse wie noch nie. Also das ist wirklich so die Zeit, glaube ich, jetzt, wo man wirklich viel lernen kann. Lange Sitzungen auch bis in die Nacht hinein oder über Mitternacht. Also das war schon wirklich eine spannende Zeit bisher für mich natürlich auch mit dem ersten Mal so ein Mandat. Auch viele erste Male, oder? Das erste Mal reden. Ich bin ja dann mit Baby und Familie in Wien angereist. Das heißt, so Pendeln zwischen Abstimmung und Stiller irgendwie. Also das Timing zum Finden. Natürlich ganz viele Misstrauensanträge gegen Regierungsmitglieder. Also all diese Dinge, dringliche Anfragen, zahlreiche. Da hat man wirklich viele Gelegenheiten gehabt zum Lernen und auch zum Innenkommen, wenngleich das natürlich nicht immer angenehm war. Genau, also von dem her, was mir jetzt noch fehlt, wäre so der Vergleich zum Zücher mit den Zeiten, den normalen Zeiten, sage ich jetzt mal nicht Krisenzeiten, das dürfte mir jetzt noch fehlen. Das würde ich mir auch mal wünschen, dass das wieder mal so einkehrt. Was ich aber schon irgendwie so festgestellt habe, ist in der kurzen Zeit, kann man sagen, vergleichsweise, wo ich jetzt politisch tätig sein darf, da im Bundesrat, was man schon so feststellt, ist, von Beginn der Corona-Pandemie bis jetzt, im Prinzip ist schon so das Klima unter den Parteien, ich weiß auch nicht, wie du das wahrnimmst, wie das bei euch ist, aber es ist in den vergangenen Monaten wirklich zunehmend, Monaten, ja, und Jahren jetzt, zunehmend rauer geworden. Es sind so die Debatten, die werden halt wirklich intensiv und leider oft ohne Anstand und Respekt geführt. Und nicht falsch verstehen, ich finde den politischen Diskurs gut, ich finde gelebte Demokratie ist wichtig, oder? Und so konträre Debatten zum Führer ist wichtig, das ist Demokratie und das ist schon das gewisse Salz in der Suppe. Man muss sich nicht immer einer Meinung sehen und oft, genau, hört man ganz andere Perspektiven. Aber Debatten sollten halt schon immer mit viel Anstand und Respekt gegenseitig geführt werden, finde ich, und nicht persönlich beleidigend oder unter die Gürteliniger. Also, das nehme ich schon verstärkt worden, dass das der Fall ist. Viele Zuseher sagen, es ist im Bundesrat fast noch ärgerer als im Nationalrat. Kann ich mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt? Ja, 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 aber wenn man es nicht verfolgt, es ist wirklich extrem. Und wie gesagt, es gibt ganz viele, die mir sagen, bei euch ist es noch schlimmer als im Nationalrat. Und obwohl man sich, wie gesagt, das kaum wahrscheinlich vorstellen kann, zumindest jedenfalls ist es ähnlich. Und wenn man das auch im Nationalrat mitverfolgt, glaube ich, das ist eben auch so der Fall, dann hat man eher ein bisschen ein Bild davon einfach. Und das finde ich schon, das ist schon, hat sich schon in eine Richtung entwickelt, einfach die keine gute Kultur ist einfach. Also, weil du mir jetzt angesprochen hast, wie ich das wahrnehme. Also, ich nehme das erschreckend wahr, ehrlich gesagt. Ich habe auch, wie gesagt, letztes Jahr, wo ich mit dem Manus Brunner in der Future Class des Wirtschaftsbundes auch über das Thema diskutiert, wie das ist, gerade auch im Nationalrat, den ich sehr bewusster wahrnehme, wenn ich mir die Nationalratssitzungen anschaue, was ich mir zum Teil auch tue. Also, ich gebe das mir manchmal. Gerade so diese bekannten Typen wie Kickl, Leichtfried und so ein Gust Wirkinger natürlich auch ein bisschen, den ich aber auch aufgrund, manchmal ja auch kabridistischer achte, ehrlich gesagt. Ja, klar. Aber auch dann diesen Kajan-Kreiner, den Stil, den ich komplett ablehne. Oder man hat es nicht, den Bundesrat folge ich ehrlich gesagt ganz wenig. Ich war selbst einmal dabei bei dieser Enquete des Bundesrates für das Land Vorarlberg, wo ich dann selbst einmal ein bisschen fast ausgezuckt wäre, weil ja dann einer dieser FPÖler da wirklich ganz komische Wortmeldungen gelassen hat und du gingst um den ländlichen Raum. Ja, genau. Ich erinnere mich an, was die Christine Schwarz-Fuchs da initiiert hat. Wie gehst du um mit diesem Spannungsfeld, mit diesen persönlichen Angriffen, die vielleicht nicht dich persönlich betreffen, aber auch deine Parteikollegen? Wie geht man mit sowas um als Politiker? Wie blockst du, wie lässt du das zu an sich? Wie tut man damit? Spannende Frage eigentlich. Nein, ich glaube, dass ich das relativ gut auch schon gelernt habe von meiner beruflichen Vergangenheit auch als Personalschefin, um das nicht zu nahe mehr einlachen. Ich glaube, das ist dort im Job, war das genau das Gleiche, oder dass man dort oft mit Problemen von Mitarbeitern konfrontiert wird. Und man muss die schon ein Stück weit natürlich versuchen zu helfen und zu lösen, wo es geht. Nur am Ende des Tages sollte man, wenn man, haben wir immer gedacht, halt so die Stempeluhr, wenn man die ausstempelt oder so, war immer so bestreben, dass ich es einfach nicht mit heimnehme. Und das ist mir ganz gut gelungen. Und das ist schon die gleiche Herangehensweise eigentlich in dem Fall einfach, dass ich es nicht einfach zu nahe an mich heranlasse. Aber es ist schon so, natürlich, dass die Beleidigungen auch persönlich sind. Also, was so immer feststellbar ist, wenn man gegen die Freiheitlichen kontert, ich weiß nicht, wie das ist, aber es scheint dann noch jedenfalls ein Zufall zu sein. Ein komischer, es ist jedenfalls immer so, wenn man ihnen stark kontert, in den Reden kriegt man danach immer relativ böse Mails mit sehr beleidigend oder so von irgendwelchen Leuten natürlich, die ich nicht kenne, die die jedenfalls halt aufs Übelste beschimpfen. Und natürlich ist sowas nicht angenehm, das ist klar. Aber ich glaube, dass ich das ganz gut trennen kann einfach. Und am Ende des Tages nehme ich es nicht mit heim und kann deswegen trotzdem noch gut schlafen. Das ist schon wichtig, glaube ich, in so einer Funktion. Weil sonst könnte man das wahrscheinlich auch nicht lange machen, das würde auch nicht krank machen. Aber ja, angenehm ist was anderes, ja. Du sprichst, diese persönlichen Untergriffe, die wir im politischen Alltag ja mittlerweile erleben, auch wenn man diese ganzen Vollartee, wie weißt du, diese Kommentarfunktionen anschaut, ich glaube, da muss man auch abschalten irgendwie und sage, okay. Mir hat jetzt im Fasching jemand auch gesagt, du bist der Trottel, du bist der Depp. Also eine fremde Person, die ich noch nie gesehen habe, macht mich vor, du bist der Trottel. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Und habe mich halt abgewendet, das soll ich mir auf eine Diskussion hinlegen. Es soll natürlich vorkommen, gibt es leider Gottes, und ich glaube, Teil des Alltags. Ich glaube, die Menschheit ist schon irgendwie, wie sagt man, unverfrorener war er mittlerweile. Man ist viel direkter und man traut sich viel mehr als früher. Das ist ein Gefühl, wir hatten mal eine Schulklasse da im Parlament, von jungen Leuten, und da hat man so diskutiert, dass man sich politisch nicht immer einer Meinung ist. Und das ist halt viel um Corona-Themen. Also okay ist, was ja prinzipiell okay ist, oder? Absolut, absolut, ja. Und dann ist es halt darum gegangen, oder? Dass man halt gewissen politischen Entscheidungsträgern gerne mal die Meinung sehen würde und so. Und dann, wenn man halt, das ist halt ein paar Gefährdiener, dann muss man halt heimgehen zu ihnen und klingeln, oder? Und dem Landeshauptmann oder wem auch immer, halt sehen, was er für ein Trottel ist. Und dann haben wir gesagt, Entschuldigung, jeder, der auch in der Öffentlichkeit steht, hat ein gewisses Recht auf Privatsphäre, oder? Und gerade das Zuhause, oder? Das ist so der Bereich, wo der auch mal Privatpersonen ziehen soll, mit der Familie ist, und das soll der geschützte Bereich sein. Ich meine, ich kann da nicht einfach den, den kann ich irgendwann auf einer Veranstaltung treffen und auch sprechen, oder? Und sage, Entschuldigung, ich hätte ein wichtiges Anliegen, oder ich möchte das und das kritisieren, was auch immer, oder? Oder ich mache einen Terminus im Büro vom Landeshauptmann, oder wie mache ich immer, oder? Das ist überhaupt kein Problem. Aber da wird eine Grenze übertreten, finde ich dann. Wenn man dann heimgeht und da klingelt und das Gefühl hat, man könnte da irgendwie was erreichen, weil auch ein Landeshauptmann oder einer politischen Funktion eben ist da nochmal Familienvater und möchte mal, ja, nicht mit den Themen ständig konfrontiert werden, oder? Und dann ist man eine Privatperson. Und da hat das Verständnis total gefehlt bei der Schulklasse. Und ich habe gesagt, was, warum? Wenn ich das selber mache, kann ich da viel machen? Dann kann ich doch da einfach heimgehen. Und ich finde, da hat sich wahrscheinlich sowas geändert. Ich glaube, das hätte man sich wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren nicht so getraut. Da war noch ein Landeshauptmann oder so, war mir wirklich so Respektperson, glaube ich. Und das hat vielleicht auch mehr abgenommen, einfach, dass man da weniger Skrupel hat und denkt, ich sage jetzt einfach gerade so, was ich da denke. Gesellschaft ist skrupelloser geworden und jetzt muss man von jemandem Angst haben oder Respekt haben, einen gewissen Grundrespekt haben, vor jedem Menschen haben, oder? Eine gewisse Höflichkeit ist, glaube ich, Teil unseres Wertekanons, den wir auch weitertragen wollen. Du bist Vorsitzende des Ausschusses für, jetzt muss ich es richtig lesen, Familie und Jugend. Wie komplex ist diese Aufgabe für dich? Jetzt bist du natürlich sehr tief vor dir, weil du das Thema Familie und Jugend kennst und selber noch blutjung bist, jung bist, noch junge Politikerin bist. Wie siehst du das, diese Aufgabe? Ja, ich bin eigentlich zufällig dadurch zu der Funktion gekommen, beziehungsweise gefragt worden, ob ich den Ausschussvorsitz übernehme. Vermutlich halt aus meiner privaten Situation natürlich eben, dass ich halt gerade vor kurzem auch Mutter geworden bin von zwei Söhnen, das war halt auch während der laufenden Mandatsausübung, bin auch die erste angeblich in der 100-jährigen Bundesratsgeschichte, die eben während dem Mandat zweifach Mama werden hat dürfen. Und ich vermute, mit dem Hintergrund ist man dann auf mich gekommen, nachdem eben meine Vorgängerin aus dem Bundesratsmandat ausgeschieden ist, ich bin dann in den Landtag eingezogen und dann eben bin ich gefragt worden, ob ich das übernehmen würde. Ich war davor schon Ausschussmitglied eben und seit Anfang letzten Jahres bin ich, wie gesagt, jetzt Ausschussvorsitzende. Und man denkt, gut, das ist halt wieder mal eine neue Challenge und Herausforderung, so bis dahin zum Bundesrat. Und ich dann denke, naja, jetzt bin ich so halbwegs gesettelt jetzt und so mal bereit wieder für eine neue Challenge und schaue mir das mal an und das ist ja so wirklich ganz spannend eigentlich. Der Stuck, also der Bundesrat ist ja in erster Linie die Länderkammer und hinterfragt Gesetze, kann sie zum Teil blockieren oder, wie sagt man, zeitversetzt einfach die Begutachtung zurückschicken quasi. Das ist ja eure Desveto quasi, aber auch nur für gewisse Zeit. Ich glaube, du verschiebst ihn um sechs Wochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder acht Wochen, aber faktisch könnte sich ja nichts mehr ändern an Gesetzesentwürfen, die da irgendwie aus dem Parlament kommen. Was diskutiert ihr dann noch? Was ist dann, wie stelle ich mir das dann wirklich vor? Was wird dann nochmal quasi wieder aufgrund der Partei, wie sonst, oder einfach auf der Parteilinie diskutiert oder gibt es da ernsthafte Debatten? Im Ausschuss jetzt? Im Ausschuss und dann vor allem auch im Plenum, wenn es, weil was im Ausschuss ist, kommt ja noch ins Plenum. Okay, ja, also Bundesratsausschüsse laufen immer so ab, dass die Themen eben, die aus dem Nationalrat kommen, da gibt es immer pendant eben den Ausschuss im Bundesrat. Das heißt, wenn irgendein Thema im Familienausschuss im Nationalrat war, kommt es dann im Familienausschuss im Bundesrat eben auf die Agenda. Und dann ist es immer so, dass bei jeder Ausschusssitzung sind Experten vom Ministerium vor Ort und es standen Fragen zur Verfügung, oder? Genau, zu unterschiedlichsten Themen oder Tagesordnungspunkten halt, je nachdem, mehrere oder nur ein Experten. Und genau, die kann man mit Fragen löchern. Und dort ist wirklich so der Platz auch, wo man halt nochmal diskutieren kann. Aber wie du richtig seht, da sparen sie es ja so, dass wir im Prinzip ja keine Teiländerung mehr vornehmen können, oder? Ein Bundesrat kann nur im Prinzip das gesamte Gesetz an sich befürworten oder negieren. Aber er kann nicht sagen, unter den und den Umständen, wer das gehört, oder da strichen wir das noch. Das ist alles schon davor passiert im Prinzip im Nationalrat. Bei uns ist es so, dass man halt als solches über das Gesetz noch diskutiert. Das passiert dort in den Ausschüssen. Also da können sich wirklich alle Fraktionen nochmal zu Wort melden. Sie können sagen, wie sie abstimmen werden, aus welchem Grund. Und von was das auch noch ganz hilfreich und sparen ist natürlich auch. Das ist auch noch die Möglichkeit, natürlich noch inhaltlich einfach Unklarheiten oder so zu beseitigen oder Fragen zum Stellen. Gerade auch im Hinblick auf die Rede oder dass man noch gewisses Zahlenmaterial zur Verfügung stellt. Das ist schon ganz hilfreich. Aber im Grunde ist es ja nur eine Doppelung dessen, was ja im Nationalrat schon passiert ist. Da gibt es schon einen Beschluss. Jetzt kommt es in die Länderkammer, da wird es im Ausschuss noch diskutiert, dann kommt es ins Plenum rein. Und da wird wieder hin und her diskutiert. Am Ende des Tages kommt das Ergebnis raus, was die Mehrheit will. Also Schwarz-Grün, sofern es eine Mehrheit gibt. Eine Frage, die es mir jetzt gekippt seit der Niederösterreich-Wahl, die haben wir ja nicht mehr. Jetzt muss man tatsächlich auch im Bundesrat wieder Mehrheiten suchen. Genau, genau, absolut. Also wie gesagt, die Themen kommen dann ins Plenum. Im Plenum ist aber in der Regel schon klar, welche Partei wie abstimmen wird. Also ich habe es selten erlebt, ist es gar nicht, glaube ich, dass man dann im Plenum noch die anderen Parteien irgendwie umstimmen hat können. In der Regel ist nach den Ausschüssen ziemlich klar einfach, wie es auch gestimmt wird und das Plenum ist halt dann nochmal die Bühne. Aber das stimmt. Was schon jetzt den Unterschied macht zum Nationalrat, da ist ja nicht, der Bundesrat ist von da im Nationalrat, das heißt, wie dort die Mehrheiten sind, sind es auch im Bundesrat. Das ist nicht so der Fall. Im Bundesrat ist ja gerade so, dass man aktuell ÖVP und Grüne knapp eine Mehrheit haben. Also es steht 31 zu 30. Und dann jetzt mit der Niederösterreich-Wahl haben wir nicht mehr die Mehrheit. Das heißt, es ist schon so, dass gewisse Gesetzesmaterien von der Opposition blockiert werden, insofern halt, dass sie verzögert in Kraft treten. Das ist auch während Corona das ein oder andere Mal passiert. Aber was ich auch erlebt habe, und das ist eigentlich, finde ich, so etwas, was ganz Gutes ist, weil man das ja oft immer kritisiert am Bundesrat, dass man immer sagt, naja, man hat kaum absolutes Vetorecht. Hat er, wenn es um Länderkompetenzen geht, die betroffen werden, da hat er ein absolutes Vetorecht. Aber ansonsten hat er kein absolutes Vetorecht, wie du auch schon gesagt hast, sondern er kann eben nur die Gesetze verzögern um acht Wochen. Das ist ja auch oft, was oft dann irgendwie immer kritisiert wird und so. Aber was man schon sagen muss jetzt, wenn es sich so auch war, während Corona war es halt so, das führt halt dann dazu, die knappen, also keine Mehrheit oder eben knappe Mehrheit, hat schon stark dazu geführt, dass man halt dann einfach so Mehrheiten sucht, eine breite Zustimmung zu einem gewissen Gesetzesmaterie mit der Opposition. Das ist ganz oft, mit den Corona-Gesetzen und Corona-Maßnahmen ist das ganz oft eben gelungen, denn im Bundesrat, es gibt aber auch Beispiele, wo es nicht gelungen ist, wo man die Gesetze halt dann nicht durchbringen kann, die dann erst acht Wochen später in Kraft treten sind. Man kommt jetzt gerade in Sinn, zum Beispiel Eintrittstest im Handel war so ein Thema, das hat die Opposition negiert und das ist dann acht Wochen später als eigentlich geplant gewesen, mehr in Kraft treten, ja. Gut, ich meine, das ist natürlich schon, also ich bin ja ein großer Fan von diesen Kammern, das macht schon Sinn, oder, weil man auch noch einmal reflektiert, oder? Wobei ja oft auch diese Länderkompetenz, auch in der Rücksprache mit den Ländern, vielleicht auch eine andere Sichtweise bringt, oder? Und wenn man den Schwarz-Grün in der Bundesregierung hat, oder in einem Parlament, das dann in der Länderkammer kaum mehr hat, kann das ja auch helfen, oder? Weil es auch andere Bundesländer geben, die ja tatsächlich auch mitdenken und vielleicht auch das, was die im Parlament beschlossen werden, nicht per se einfach ablehnen, so wie es andere Parteien, die einfach nur, ich habe manchmal den Eindruck, die lehnen einfach nur ab, weil sie einfach dagegen sein wollen. Geh nicht auf den Landtag, oh, das ist ja so, es gibt ja oft eine Sache, man ist einfach dagegen. Genau, genau, ja. Und das hörst du ja an Debatten, man ist einfach dagegen, und man hat dann irgendwelche haarströmenden Argumente. Am besten finde ich ja immer Anträge, die irgendwie, ich bin ein großer Fan von Neos-Anträgen, die dann irgendwelche Marketing-Texte sind. Wo ich dann denke, okay, also, das soll es geben, aber oft hinterfrage ich dann einfach den Inhalt, wo ich dann sage, Leute, ich verstehe ihn, weder verstehe ich ihn nicht, bin ich zu, fehlt mir der Intellekt dafür, oder ist es die Sprache, die ich nicht verstehe? Ich weiß es nicht, also, das kennen wir ja alle. Lass mich nochmal ein bisschen auf ein Thema kommen, weil du bist ja schon eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Sportlerin, dann der Unfall, Leben mit Behinderung, zwei Kinder, Job mit der Arbeiterkammer, jetzt Politikerin, viel pendeln, mit zwei Kindern noch der Zug pendeln, das ist ja auch nicht gerade einfach, da fahrst du einfach mit dem Zug und mit dem Flieger, weil der Zug einfach angenehmer ist zu pendeln. Wie schafft man das? Wie schaffst du das jetzt weniger im Kopf, weil da schätze ich dir starke Persönlichkeit, sondern auch wirklich im Doing? Du bist ja auch so ein bisschen ein Vorbild. Wie machst du das? Danke, Christoph. Na ja, gute Frage. Einfach mach. Bleibt ja nichts anderes übrig, klar. Ja, ich meine, ganz ernsthaft, ich meine, was natürlich wichtig ist, ist einfach ein gutes Umfeld, ein familiäres Umfeld, die Unterstützung der Familie. Ohne derer würde ich es einfach nicht gehen. So ehrlich muss man sehen. Das ist definitiv klar. Ich habe natürlich tolle Omas und Opas, die uns halt ganz tagträchtiger unterstützen mit den Kindern und auf die Kinder aufpassen. Mittlerweile ist es ja so, obwohl ich auch gestillt habe, also ich habe die Kinder immer noch mitgenommen, solange ich gestillt habe. Da ist halt mit dem Mann mitgegangen und hat halt Urlaub genommen. Das hat halt bedeutet natürlich für die Familie, dass wir in dem Jahr keinen Familienurlaub hatten, und weil der ganze Urlaub von ihm im Prinzip dafür aufgegangen ist, dass er mit nach Wien ist. Ja, das muss man halt in Kauf nieder. Wie gesagt, also es ist schon etwas Opferbringen natürlich auch dabei, aber umgekehrt gewinnt man natürlich auch vieles an Erfahrung. Und ja, das ist natürlich auch absolut bereichernd. Und das haben wir uns so ausgemacht, das war klar, dass es nicht immer einfach sein wird. Und wie gesagt, aber einfach durchzugen. Ja, und wie gesagt, jetzt ist es so, dass ich die Kinder daheim lasse. Und die sind dann untertags gut aufgehoben bei Oma und Opa. Die wechseln sich auch ganz gerecht ab immer. Also meine Schwiegerelter und meine Eltern. Und ohne dem wird es wahrscheinlich nicht gehen. Es ist nämlich auch oft so, dass natürlich Politik oft sehr kurzfristig ist. Und das wäre mit Kinderbetreuung einfach total schwierig, vor allem, wenn sie noch so klein sind. Und dadurch, wie gesagt, geht es ganz gut. Mein Mann unterstützt natürlich hoffest. Also das Umfeld ist schon ein wichtiger Faktor, muss man ganz klar sagen. Und ansonsten ist natürlich hilfreich, etwas organisiert zu sehen. Dass man halt, oder etwas klever ausplant halt, dass man so die Woche durchplant, oder? Das ist dann das, was ich halt dann mit meinem Mann und dem klar mache, das muss halt gut abgestimmt sein, oder? Wer, wann, wie da ist. Also es ist schon klar, Managementaufgabe dann immer. Aber wie gesagt, wenn es einem Spaß macht und man das möchte machen, dann gibt es denke ich immer irgendwie Wege. Und da muss man es durchzuhören. Ich glaube, ich glaube ja oft, das ist auch, wie du sagst, Management. Das eine ist das Management, zu organisieren und dann sehr spontan sein. Du hast jetzt auch das Stichwort Kinderbetreuung geliefert. Müssen wir da noch mehr machen? Braucht es da noch mehr? Ja, ich glaube schon. Gerade, es ist gerade so, im ländlichen Raum, in dem leben wir halt, in Vorarlberg relativ viel. Ich glaube, es kommt halt darauf ab, wo man es sieht. Es hat sich städtisch schon relativ viel da. Wien ist schon ein Musterbeispiel. Da gibt es durchaus die Möglichkeit, dass man halt von jedem Fleck, fast in Wien, im Ganztag die Möglichkeit zumindest hat, der Kinderbetreuung, ob man es denn in Anspruch nehmen möchte, oder nicht. Obliegt denn ja jedem selber, dass natürlich jeder die Wahlfreiheit hat, finde ich, aber grundsätzlich die Möglichkeit der Kinderbetreuung ist schon wichtig. Und bei uns ist es halt so, in dem ländlichen Bereich, gerade in so, sage ich jetzt mal eher, Bergdörfle, wie ich zum Beispiel wohne, und da ist es schon so, dass das Angebot jetzt nicht überschweifend groß ist. Da ist es bei uns jetzt zum Beispiel so in der Kleinkindbetreuung endet. Also es ist immer nur vormittags die Möglichkeit. Seit kurzem gibt es das, aber zumindest Montag bis Freitag. Das hat es letztes Jahr zum Beispiel noch gar nicht hier. Jetzt gibt es vormittags halt die Möglichkeit, und die Kinder sind aber bis 11.25 Uhr abzuholen. Und da denke ich mal, für ja berufstätige Elternteile ist das eigentlich neu zu unmöglich, wenn ich dann am Vormittag schaffe, um um 11.25 Uhr wieder da, daheim zu sehen, oder? Dann muss ich mitunter, je nachdem wo ich schaffe, schon um 11 Uhr losfahren. Und das ist einfach schwierig zu organisieren, oder? Das ist einfach nicht zeitgemäß, oder? Genau. Und da haben wir schon einen Weg noch zum Gehen. Ich meine, mit dem neuen Kinderbildungsgesetz tut sich schon ein bisschen Schwung in diese Richtung. Das muss ich jetzt auch nochmal halt gut etablieren. die nächsten Jahre und umgesetzt werden, klar. Das ist wohl ein wichtiger Schritt, glaube ich. Aber wird wahrscheinlich noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Weil es einfach gut, also die Möglichkeit zumindest hier sollte eben, dass beide Elternteile einfach an Erwerbstätigkeit nachgehen können. Und ja, kann man es probieren. Ich unterschreibe das so sofort. Ich glaube, das Angebot muss da sein. Vielleicht nicht flächendeckend, aber es braucht halt so Sprengelangebote, meine Sachen. Die werden jetzt auch übergreifend zusammenarbeiten können. Das ist ja... Genau. Ich bin kein Freund von alles gratis. Bin ich gar kein Freund von. Ja, nein. Die EUs immer fordern und die SPÖs muss alles gratis sein. Nein, nein, wer es sich leisten kann, soll dafür zahlen. Und ansonsten gibt es auch dafür abgestufte Förderungen, klarerweise, finde ich auch richtig. Also keine Gießkanne. Die Kanne war der Klimabonus und das war nicht klug eigentlich. Das hat... Ja. Das kann man auch dazulernen. Ja. Wie du selber siehst, ich glaube, das muss ja auch einspielen, oder? Wir haben ja die Betreuerinnen gerne nicht. Wir haben ja die Betreuerinnen und Betreuer und die Pädagogen nicht. Also wir können sich nicht den Hut zaubern. Genau. Die können wir nicht einfach so ausserschütteln. Das stimmt. Und ja, wie gesagt, das wird schon noch ein Weg gehen, weil wenn wir noch schauen, dass wir halt das Personal dazu anhören, oder? Also das kann bestenfalls einfach nur sukzessive irgendwie gehen. Das wird man nicht eben von heute auf morgen irgendwie sagen, so und jetzt haben wir überall in jeder Gemeinde, wie gesagt, können wir das auch bitten. Das wird nicht ganz realistisch sein. Aber wie gesagt, ich glaube, die Stoßrichtung einfach sollte so weit klar sein. Aber wir haben sich ja noch einen Weg dahin, eben weil wir auch irgendwie schauen müssen, dass wir auch eben Elementarpädagoginnen auch ein bisschen attraktivieren vielleicht einfach, oder? Dass der Job ist einfach auch nur für viele attraktiv genug, dem nachzugehen, obwohl es wirklich ganz ein toller Job ist. Und ja, und von dem her, wie gesagt, die sind nicht von heute auf morgen, wenn wir da nicht einen großen Pool aufbauen können, aber es sollte die Richtung zumindest klar sein. Ich glaube, die Richtung ist klar und ich glaube, mit dem Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz hat man jetzt den richtigen Schritt gesetzt. Ein Thema, das mich schon noch ein bisschen triggert, geht ein bisschen gegen die eigene Partei, die uns ja beide betrifft. ORF Sport Plus steht da momentan ein bisschen zur Debatte vom Herrn Weismann vorgeschlagen. Ich glaube, da muss man schon dagegen wehren, oder? Absolut, absolut. Ja, ich meine, als Sportsprecherin und leidenschaftliche Sportlerin und ehemalige Spitzensportlerin ist das natürlich ein absolutes Muster sein, das ist ganz klar. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden in meinem Leben ist schon da Sport geschaut haben und das wäre natürlich, ja, du siehst es, ganz fatal. Ich habe schon großes Verständnis, wenn man darüber nachdenkt, was man einspricht. Da habe ich großes Verständnis dafür. Ich glaube, es ist auch richtig, dass man einmal diese Diskussion führt über 300 Millionen oder was auch immer im ORF. Ich glaube, da kann man schon darüber nachdenken. Die Frage ist nur, wo macht es Sinn, oder? Ob man wirklich an erfolgreichen Formaten spart, wie beim ORF Sport Plus oder beim RSO oder was auch immer, was es noch alles gibt. oder was finde ich hilft eigentlich schon. Ich bin gespannt, was da am Ende des Tages übrig bleibt von der Diskussion. Ja, da bin ich auch gespannt. Die haben immer so mitgekriegt, dass das halt relativ schnell, ich meine, da kochen natürlich die Emotionen hoch, oder? Weil die einen sagen, auf keinen Fall RSO oder auf keinen Fall ORF Sport Plus und so. Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Begehrlichkeiten und jeder will mitreden, gefühlt, oder? Ja, am Ende des Tages ist es schon immer eine Managemententscheidung, oder? Wenn es um Einsparungen geht, die müssen sich jetzt halt gute Köpfe zusammenraufen und ein gutes Konzept machen, wo und wie gespart wird er kann. Natürlich eben als Sportliebhaberin wäre das natürlich ganz fatal, wenn es auf die Kosten geht, natürlich. Ja, aber es wird sich zeigen. Wie gesagt, ich habe nur mitgekriegt, dass es noch nicht einmal irgendwie Verhandlungen hier zwischen den Koalitionspartnern zum Beispiel, also noch keine einzige Sitzung. und trotzdem hat man schon inhaltlich wieder einiges gesprochen, also irgendwie, ja, darüber gesprochen und spekuliert. Also wie gesagt, jetzt nutzt es eh nichts, wir müssen, denke ich da, abwarten, wie sich das jetzt wiederentwickelt, die Debatte oder die Diskussion, aber ich gebe dir schon recht. Das wichtigste ist diese Unabhängigkeit, oder der ORF muss unabhängig bewahren, auch was das Budget anlangt, ob Haushaltsabgabe oder Gebühr, Haushaltsabgabe, bitte vom Wording her, Katastrophe, aber da war die Gießgebühr, irgendeine Gebühr, viel klüger, ehrlich gesagt, aber es braucht einfach, es kann auf keinen Fall eine budgetäre Abhängigkeit entstehen zwischen, also zwischen Gesetzgeber, sprich Budgetbeschuldung. Wenn das kommt, dann ist der ORF völlig in der politischen Geiselhaftung, das muss man verhindern. Ja, das ist Gott ja, so wie die Verstande haben, Gott ist ja vom Auftrag, oder vom Gesetz her, gar nicht, oder, und der ORF darf ja die Inhalte komplett selber bestimmen, oder, also es sind gewisse Sachen, sind Vorgie, die der ORF ja bringen muss, oder, so gegen genauso, irgendwie immer so ein kleiner Landesschau, also von den einzelnen Bundesländern, muss der mal schauen, der, oder er geht mir Sport und so weiter, also er hat schon gewisse Aufträge, aber ansonsten kann er das komplett frei entscheiden, und entkoppelt von der Politik, oder, und das heißt, das ist schon gut so, damit der ORF auch irgendwie sich kann, natürlich, wie gesagt, aber klar, wenn die Managemententscheidung dann so halt, so dahingehend wäre, das ORF Sport Plus irgendwie, ja, was auch immer, gekürzt oder eingestampft werden sollte, würde das meinem Sportlerherz schon sehr wehtun. Ich glaube, wir sind uns einig, Sport Plus soll erhalten bleiben, das RSO soll erhalten bleiben, viel Spaß, genau, ich hoffe, dass die Frau Raab und der Koalitionspartner die richtigen Entscheidungen treffen, wichtig ist auch, dass der ORF unabhängig bleibt, nicht berichten kann, ich glaube, ich glaube, das ist um und auf einer Demokratie, dass die Berichterstattung darüber einfach gegeben ist, das ist, glaube ich, genau. Heike, vielen Dank für das Gespräch, das war super, ich glaube, wir könnten noch viel weiterreden, viele Themen, wir bleiben in Kontakt, ich wünsche dir alles Gute, was sind die nächsten, wann bist du wieder in Wien? Ich bin heute in Wien dann und dann nächste Woche wieder. Super. Alles Gute, kämpft weiter für das Land Vorarlberg, vertritt uns gut und wir sehen uns bald in den verschiedensten Konstellationen. Vielen Dank und euch alle fürs Zuhören, wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu einer neuen Kulturkartine. Ciao, tschüss euch, ciao. Ciao, tschüss. Tschüss.